Wölsch ... begonnen, von Frank Gromit vor dem Eisbrenner Grandecarino. ... Domino, Frank Willig mit seinem Gespann, welch von Polis beides auf in der Zug eingesetzten Stute. Hier Grandecarino mit Stefan Löfels ganz stimmvoll. ... und hier Grandecarino mit der Sportartigstätten, der hat nichts von in der Zug. ... und hier Grandecarino mit dem Sportartigstätten, der hat nichts von in der Zug. ... und hier, die gehen richtig los. ... Vierte Polis bis zu einem Stockmaß von 104 Stenner, ganz elegant, Fahrtigvolle und auch top erfolgreich, Im Turniersport zu C, Haupttyp, also bis 137 cm. Ganz starke Raune, mit Stefan Löfel, hier Spielmittel. Auch Sie eine Vertreterin der Sektion E, Handegg Hannimun. Das Gute, ganz stark hier mit Hortegg Hannur, im Eisbrenner und Julian Max. Ganz gespannt daneben, wo er Hannimun. Er verlässt uns nicht. Hier war der Camino, mit Stefan Frank Willig, der Schüppel und der Schwarstrauen, Frank Willig aus Fischerheim. Vielen Dank.